So Leute, die neuen Reifen sind hier. Made in China. Hergestellt in China. Die sind montiert und gewuchtet. 45 Gramm Gewicht hier. Hier ist es am schlimmsten. Aber naja, das war zu erwarten. Hier sind die Angaben. Kraftstoffverbrauch, C und Bremskraftung, Klasse und auch C. So, seht ihr's. Ganz, ja, das All-Season-Reifen. Naja, endlich. Naja, das All-Season. So, auf dem Tisch mache ich diese Anerkennung, das ist locker. Das All-Season. So, das ist ein Wohnzimmer. Vielen Dank.